Was wäre das Leben ohne Träume? Vor drei Jahren hatte ich einen Traum. Ein Jahr später wurde er Realität. In dieser Folge nehme ich dich mit auf eine Reise. Because dreams really do come true. Aloha allerseits und herzlich willkommen zu deinem Podcast für heitere Gelassenheit. Mein Name ist Pia und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu mehr Freude und Leichtigkeit im Sein begleiten zu dürfen. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Es wurde mal wieder Zeit für ein Zitat aus einem wundervollen Animationsfilm, den ich sehr geliebt habe. Toy Story und den Charakter Buzz Lightyear, den ich auch sehr geliebt habe. Und der auch in irgendeiner Form ein bisschen das verkörpert, was mich ausmacht. Das Streben nach dem, was für andere vielleicht unmöglich erscheint. Diese Unendlichkeit. Das Wissen, dass alles möglich ist, was ich glaube, dass möglich ist. Und vielleicht bist du in deinem Leben auch schon mal als Träumer tituliert worden. Du träumst ja nur. Und es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass das nichts mit mir zu tun hat und mit meinen Begrenzungen, sondern wenn das jemand sagt und damit meint, dass etwas unrealistisch ist und er sich das nicht vorstellen kann, dass es Wirklichkeit wird, dann ist das die Begrenzung der Person und nicht von mir. Und ich war schon immer eine Träumerin. Ich habe mir schon immer die buntesten Dinge und die größten Dinge ausgemalt und habe mich da nicht begrenzt und war auch in der glücklichen Position, Menschen um mich herum zu haben, die mit mir geträumt haben. Die mit mir angefangen haben zu experimentieren, die daran geglaubt haben, dass alles, was ich mir in den Kopf setze, auch tatsächlich möglich ist. Und ich weiß, wie powerful, wie kraftvoll das ist, wenn man diese Menschen um sich herum hat. Ich weiß aber auch, wie kraftvoll es ist, wenn man in einem Umfeld ist, dass es einem vielleicht gefühlt ein bisschen schwerer macht, die eigenen Träume anzugehen, sich zu öffnen für die Möglichkeit. Immer kommt dieser Zweifel, dieser innerer Ruf, der immer lauter wird. Und weißt du, wie viele Zweifel schon Träume erstickt haben, bevor sie jemals die Chance hatten, geboren zu werden? Ich bin mir sicher, auch du hattest schon Träume und vielleicht auch Zweifel. Und vielleicht zweifelst du auch mehr, als dass du träumst. In dieser Folge möchte ich dich dazu einladen, dich wieder daran zu erinnern, dass du zu jeder Zeit das Recht hast und die Möglichkeit hast, zu träumen. Und das, was du daraus machst, ist deine Entscheidung. Bei mir ist es so gewesen, wenn ich zurückschaue auf die letzten Jahre mit Victorious Visions, meinem wundervollen, ganzheitlichen Coaching-Konzept für Körper, Geist und Seele, war es so, dass es einen inneren Schmerz gab, einen inneren Pain. Und dieser Schmerz hat mich so lange angeschoben, bis es eine größere Vision gab, die mich gezogen hat. Schmerz schiebt, bis eine Vision dich zieht. Das ist eine der größten Lektionen, die ich in den letzten Jahren gelernt habe. Und vielleicht kennst du das selber von dir. Dass dein Leidensdruck, wenn er so hoch ist, dass in diesem Leid zu bleiben schlimmer ist, als dich auf das Neue und das Ungewohnte einzulassen. Das ist der Moment des Shifts. Das ist der Moment, in dem sich alles verändert. Wenn du dich darauf einlässt, diesen Schritt zu wagen, mutig zu sein und zu sagen, ich wähle lieber eine Ungewissheit und nehme das Risiko in Kauf, in Anführungszeichen, zu scheitern. Ich nehme das Risiko auf, etwas zu tun, was ich noch nie getan habe und vielleicht auch nicht perfekt darin zu sein. Denn wer ist das schon? Dann weißt du vielleicht auch, wie es sich anfühlt, wenn plötzlich ganz viel von dir abfällt. Und du in deinem Mindset, in deinem Kopf switchst von der Angst, von dem Unbekannten zu der Neugierde und der Aufregung. Ja, und dieser Spannung, die da innerlich so kribbelt. Wenn du mich kennst, dann weißt du vielleicht auch, dass Angst und Aufregung dieselben körperlichen Symptome hervorrufen. Warum also nicht einfach mal statt Angst ein bisschen Neugierde und Aufregung wählen? Und so habe ich es auch gemacht mit meinem Buch Aloha Allerseits. Das feiert jetzt im März 2022 zweijähriges Jubiläum. Hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, ob ich mal ein Buch schreibe, hätte ich dir einen Vogel gezeigt und hätte gesagt, so ein Quatsch, wer soll sich das denn durchlesen? Wen interessiert's? Wayne. Wayne interessiert's. Ja, was ist denn so interessant daran? Das hat mich aber keiner gefragt, was ich auch ganz gut finde, um ehrlich zu sein, weil sonst hätte ich ja irgendwie ausgesprochen, dass ich nicht glaube, dass das irgendwann passiert. Und unsere Wörter werden Wahrheit. Deswegen bin ich sehr achtsam auch mit den Dingen, die ich sage. 2018 habe ich gestartet mit Victorious Visions. Die Geschichte hörst du auch in meinen Podcasts, wenn du mal ein bisschen weiter zurückblätterst. Diese Geschichte habe ich schon erzählt, wie Victorious Visions entstanden ist. Ich möchte dich jetzt einmal mitnehmen da auf die Reise, wie Aloha Allerseits entstanden ist. Und zwar das Buch. Das Buch kam nämlich vor dem Podcast. Ich hatte nie vor, dieses Buch zu schreiben. Und dann kam 2019. Nachdem ich 2018 mit Victorious Visions gestartet hatte und meine ersten eigenen Workshops kreiert habe, mit denen ich durch Deutschland getourt bin, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Es begann mit einem Workshop, der hieß Unterricht mit Hand und Herz. Da ich aus dem Group-Fitness-Bereich komme und hier schon seit über 13 Jahren unterrichte, war mir klar, hey, für wen möchte ich das Ganze eigentlich machen? Und was ist eine Gruppe von Menschen, mit denen ich schon viel zu tun habe und wo ich eh schon als Ausbilderin unterwegs bin? Und dann war mir klar, ich möchte gerne Persönlichkeitsentwicklung für Group-Fitness-Trainer machen. Ich möchte sie gerne unterstützen in ihrer Identität und in ihrer Arbeit und ihrem Sein. So kam der erste Workshop. Die Nachfrage war so groß, dass es den gleich in mehreren Städten gab. Und daraus entstand dann auch der nächste Workshop. Und der hieß Aloha Allerseits. Und es gab noch einen, von Herzen Nein. Das war sogar der zweite. Der zweite war von Herzen Nein für mehr Selbstfürsorge. Und dann kam der dritte und der war Aloha Allerseits für mehr heitere Gelassenheit. Ein interaktiver Workshop für mehr heitere Gelassenheit. Und während ich so mit diesen wundervollen Workshops 2018 durch das Land getingelt bin, kamen auf diesen Workshops immer dieselben Fragen und dieselben Themen. Ja, es ging um Glaubenssätze. Es ging um Mann und Müssen. Ja, wenn Mann dann immer so und ich muss ja immer. Und es waren immer dieselben Themen, die mir wieder begegnet sind. Und ich habe gemerkt, dass ich gar nicht so viel Zeit habe, wie ich gerne damit verbringen würde, Workshops zu geben, weil ich so viele andere Talente und Projekte habe, mit denen ich arbeite und die mir große Freude machen, dass ich mir gedacht habe, wie schaffe ich das, meine Learnings und all das, was in den Workshops auch immer wieder kommt, so zu verpacken und so zugänglich zu machen, dass möglichst viele Menschen davon profitieren können. Von meinen Erfahrungen und auch von den Erfahrungen, die ich in diesen Workshops gemacht habe, von Fragestellungen, die von allen möglichen Menschen aus allen Bereichen überall immer wieder kommen. Warum? Wer bin ich? Wer glaube ich zu sein? Und irgendwann kam in mir die Idee, warum nicht einfach ein Buch schreiben? Und dann wurde es spannend, weil in mir kam wieder dieser Zweifel. Wer will das überhaupt lesen? Warum sollte das so sein? Aber die Stimme in mir, die neugierig ist, die Stimme in mir, die weiß, die weiß, ohne Beweise zu brauchen. Meine Intuition war eindeutig und hat mir gesagt, ja, das ist der Weg. Und so habe ich angefangen zu recherchieren, zu gucken, wo will ich das Buch veröffentlichen? Wie will ich es machen? Habe mich umgehört, habe mit Menschen gesprochen und mir wurden immer mehr Menschen geschenkt, die natürlich auch auf derselben Reise sind oder die vielleicht das schon gemacht haben. Ja, weil sobald wir eine Entscheidung getroffen haben und vielleicht kennst du das selbst, sobald du eine Entscheidung getroffen hast, wird alles um dich herum sich so wunderbar in Position bringen, um dich zu unterstützen. Der Weg zur Entscheidung ist das, was meistens anstrengend ist oder sich anstrengend anfühlt, weil du noch nicht klar bist in dem, was du willst. Aber wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast und du bist dir klar, das ist das, was du willst und du gehst all in mit deinem Herz, mit deiner Seele, mit deiner Handlung, dann wird dir das Universum alle möglichen Menschen zur Verfügung stellen, die dich daran unterstützen. Und so war es auch bei meinem Buch Aloha Allerseits. Und ich fing an zu schreiben und zu schreiben und ich zerknüllte und ich schmiss wieder weg, bevor der Titel Aloha Allerseits, den ich ja dann auch schon für meinen Workshop hatte, so ganz offensichtlich sich mir präsentierte und ich dachte, natürlich, das ist doch mein Thema, das ist doch mein Motto. Natürlich heißt das Buch so, gab es noch ganz viele andere. Ja, es gab auch ganz viele andere Ideen, die ich aufgeschrieben und wieder zerknüllt habe und weggeschmissen. Ja, ein Buch zu schreiben ist tatsächlich, kann ich dir gleich sagen, keine lineare Geschichte. Das geht nicht steil bergauf und dann ist da am Ende das Buch, sondern es gibt viel Trial and Error, ausprobieren und neu machen. Zumindest ist das mein Prozess gewesen. Die Kapitel kamen zu mir, wie so Downloads, Stück für Stück, peu à peu. Und ich habe rumgespielt und ausprobiert und zusammengesetzt und dann immer mal wieder zur Lektorin geschickt, zurückbekommen, korrigiert, angepasst. Und irgendwann war es dann soweit. Ende 2019 wusste ich, die Zeit ist da. 2020 wird mein Buch geboren. Und wenn du es schon kennst, weißt du, es heißt Aloha allerseits, lebe wie eine Welle im Ozean. Und es geht genau darum, nämlich in einer so bewegten Welt die Ruhe zu bewahren und wie das möglich ist. Und 2020, als ich dann auch plante, wo möchte ich mein Buch gerne vorstellen und sich dann auch herausgestellt hat, dass ich tatsächlich Lesungen bei wundervollen Menschen quer durch Deutschland in allen vier Himmelsrichtungen jeweils eine planen durfte, wurde es März 2020. Und am 19. März begann der Lockdown. Am Wochenende darauf, 21. 22. März 2020, sollte die erste Lesung stattfinden. Zusammen mit einem neuen Workshop. Lass es einfach sein. Und als ich mich so bei mir in der Wohnung befunden habe und als plötzlich alles zugemacht hat und ich mir bewusst wurde, wow, mein Buch kommt genau zur richtigen Zeit. Es wird genau jetzt geboren, weil es genau jetzt wichtig ist, dass die Menschen jetzt sich mehr auf sich selbst besinnen, auf ihr Inneres besinnen, schauen, wow, wie kann ich denn damit umgehen, ja? Dieses kleine Buch ist ein kleines Helferlein, ein kleiner Helfer zur Selbsthilfe, ja? Mit ganz viel Platz für deine eigenen Notizen, mit kleinen Kapiteln, mit Impulsen und Inspirationen, die dir helfen und die euch helfen sollten, wieder mehr Bewusstsein zu empfinden für sich selbst, für die eigenen Themen, für die eigenen Wünsche, für die eigenen Träume. Und so folgte ich wieder meiner Intuition, die sagte, okay, wenn die Lesungen nicht stattfinden, offline, dann vielleicht online. Und ich hatte eine Facebook-Gruppe gegründet, A Place of Positivity, die besteht noch bis heute, es sind über 1000 wundervolle Menschen in dieser Gruppe. Und neben regelmäßigen Fitnesskursen, die ich da gegeben habe, die auch immer noch gespeichert sind übrigens, habe ich dort auch meine Lesung gemacht. Und dadurch, dass ich sie online machen konnte, an nur einem Termin, waren über 100 wundervolle Menschen aus der ganzen Welt mit dabei, die auch sonst bei den Lesungen vielleicht gar nicht hätten dabei sein können. Was für ein Geschenk wurde mir da gemacht? Am 22. März. Nach dieser Lesung habe ich begonnen, die Bücher zu verschicken. Und es war ein komisches Gefühl, weil den Mut zu haben, sein Innerstes, sein Herz nach außen zu tragen und zu teilen, sich der Bewertung anderer Menschen auszusetzen, egal in welcher Form du dich ausdrückst, ob du einfach nur sprichst, ob du einen Vortrag hältst, ein Referat, ob du dich vorstellst, ob du ein Projekt vorstellst, ob du, was auch immer du tust, ob du ein Buch rausbringst, ob du ein Lied singst, ob du Gitarre spielst, ob du malst. Sobald du dich mit der Welt teilst, machst du dich verletzlich. Und das ist etwas Wundervolles, Menschliches. Und gleichzeitig kann das so angsteinflößend sein. Und als ich liebevoll die ersten Exemplare signiert und mit einer Karte versehen habe und per Post auf den Weg geschickt habe zu den ersten Menschen, die es bei mir bestellt haben, war ich stolz, war ich glücklich, war ich erfüllt und gleichzeitig auch total überwältigt. Und diese Frage kam wieder, wie werden die Leute es finden? Wer wird es lesen? Und werden sie das sehen, was ich in diesem wundervollen Werk sehe? Werden sie mich sehen? Mein Wunsch war, dass die Menschen, die dieses Büchlein in der Hand halten, dass sie das Gefühl haben, das ist Pia auf Papier. Pia auf Papier. Das ist ja vielleicht auch ein Titel für eine Folge. Seitdem ist so, so viel passiert. Ich habe so unglaublich viel Feedback bekommen für dieses Buch. So viele Nachrichten, wie es Menschen unterstützt hat, dass es sie genau in der Zeit erreicht hat, in der sie es am meisten gebraucht haben. Bis zum heutigen Tag bekomme ich Nachrichten darüber. Ich bekomme Nachrichten, wie Menschen es anderen Herzen Menschen, Herzensmenschen schenken, weil sie wissen, dass es gut ist für andere Menschen, für ihr Herz, für ihre Seele. Das heißt, genau das war mein Wunsch. Die Menschen sehen, das bin ich auf Papier und die Menschen teilen es mit anderen und daraus entsteht noch mehr Liebe und noch mehr Energie und noch mehr Verbindung. So ein Geschenk. Und hätte ich mir das jemals erträumen können? Ja, habe ich. Ich habe mir einen Traum erlaubt, Realität werden zu lassen. Natürlich sind Träume nur Träume, solange wir nicht handeln. Ja, deswegen, wenn du einen Traum hast, dann heißt es natürlich in Aktion treten. Dann heißt es, wie kann ich diesen Traum Wirklichkeit werden lassen? Und sobald du diese Entscheidung getroffen hast und anfängst, in diese Richtung zu gehen, mit deinem Fokus, dich darauf zu fokussieren, was du wirklich, wirklich willst, wirst du merken, dass die um dich herum, die Menschen sich verändern, ja, die Dinge sich verändern, dir neue Möglichkeiten, neue Türen öffnen. Und dann gehst du los und gehst dadurch, überwindest den Moment des Zweifels, spürst diese Energie und Euphorie, wenn etwas Neues beginnt. Seit meinem Buch gab es ein Jahr später den Podcast dazu, Aloha Allerseits. Das ist nochmal eine andere Geschichte, ja, wie dieser Podcast entstanden ist. Blätter dich mal durch die verschiedenen Folgen, hör sie dir mal an. Bin mir sicher, du findest auch dazu ein bisschen was. Ja, auch dieser Podcast war nie geplant und puff, war er da ein Jahr später. Meine Workshops habe ich virtuell weitergemacht und weiterentwickelt. Ich habe meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, zusätzlich zu all meinen wundervollen Qualifikationen. Habe ich also auch angefangen, Yoga online zu unterrichten, mit Meditation, mit Journaling, den sogenannten Self-Care Saturday, habe ich ins Leben gerufen. Ich habe mein Theta-Healing vertieft. Ich habe mich dort weiter fortgebildet, um meine Coaching-Klienten noch besser zu unterstützen. Ich habe einen Coaching-Kurs auch online erstellt, was auch so eine lustige Geschichte war. Auch dazu findest du eine Folge hier auf dem Podcast, der heißt Glück in Sicht. Und auch dieser Coaching-Kurs war wie das Buch mein Gedanke, dass ich einfach noch mehr Menschen erreichen kann, die mich sonst vielleicht nicht im 1 zu 1 haben können, die vielleicht nicht in Berlin sind oder die vielleicht sagen, ich möchte es erst mal ausprobieren, wie es ist, mit Pia zu arbeiten. Ich habe meine Human-Design-Ausbildung gemacht und bin gerade voll drin und dabei, meine Lesungen, meine Readings zu geben für wundervolle Menschen und es geht immer weiter. Und dazu möchte ich dich einladen. Ich lade dich ein, zu träumen und dir zu erlauben, dass aus dem Schmerz, den du vielleicht trägst und diesem Leidensdruck, eine Vision wird. Was willst du wirklich, wirklich? Mit wem willst du wirklich, wirklich sein? Was willst du wirklich, wirklich erschaffen, kreieren, in dieser Welt? Und ich möchte dich heute mit einem kleinen Gedicht verabschieden, was du in meinem Buch findest. Und es heißt, wie lange noch? Und vielleicht möchtest du die Augen dazu schließen. Wie lange noch? Möchtest du dich fragen, was wäre, wenn? Wenn ich dies täte, das hätte, dort wäre. Wie lange noch willst du warten auf den richtigen Moment, die perfekte Gelegenheit, den einen Augenblick? Wie lange noch? Zieht dein Leben an dir vorbei, während du dich mit hätte, würde, könnte, begnügst. Wie wäre es mit bis jetzt? Vielen Dank, dass du diese Folge gehört hast, dass du Teil meiner Victorious Visions Reise bist, dass du Teil von Aloha allerseits bist, dass du hier bist auf dieser Welt, dass unsere Leben durch diesen Podcast in irgendeiner Form miteinander verbunden sind. Und für alle Hörer dieses wundervollen Podcasts möchte ich ein kleines Geschenk machen. Wenn du diesen Podcast hörst und liebst, dann hinterlass mir gerne bei Apple Podcasts eine Review. Ich packe dir den Link hier in die Shownotes, schicke ihn dir auch gerne nochmal zu, falls du die Shownotes nicht öffnen kannst, schreib mir einfach über Instagram at victoriasvisions2018 oder at piaviktoria1. Und für alle, die in diesem Monat, im März 2022, mir noch eine Review bei Apple Podcasts hinterlassen, mir davon ein Screenshot schicken, gibt es ein Exemplar Aloha allerseits von mir höchstpersönlich signiert und verschickt nach Hause. Wenn du das Buch schon hast, vielleicht möchtest du es einem Herzen Menschen schenken. Ich freue mich schon auf unsere weitere Reise und ich freue mich auf deine Träume und all das, was du wahr werden lässt. Aloha. Bis zum nächsten Mal.